Hallo Leute, ich würde euch natürlich gerne sagen, dass so ein Wandertier, ein Lauftier leicht herzustellen ist. In dieser Form ist es aber ein bisschen schwieriger. Und vermutlich habe ich auch Glück gehabt, dass es so gut funktioniert, weil... Abgesehen von dem hier, was ich noch nicht benutzt habe, sind hier vier Fehlversuche. Insoweit könnt ihr euch natürlich erzählen, ja, man muss gucken, wo der Schwerpunkt ist, wo der Gleichgewicht zu halten ist, oder wie man diese Form hier sägt, dass der gut läuft. Habe ich auch gedacht. Aber aufgrund dessen, dass ich hier diese Beine auseinander haben wollte, und nicht wie bei den meisten dieser Lauftiere, dass sie nebeneinander sind und nur wegklacken, ist es ein bisschen schwieriger, die Herstellung. Und jeder, der jetzt mein Schaffensprozess nachempfinden möchte, der kann natürlich meine Vorlage nutzen und dementsprechend selbst sie auf den Weg machen, um sowas zu erreichen. Die Vorlage verlinke ich unten in einem Blog, ist er zu finden. Und die kann, wie so oft, für private Zwecke genutzt werden. Wenn ihr das Ganze publiziert irgendwo, dann bitte mit Namensnennung, sodass man dann auch nachvollziehen kann, wo die Anregung herstammt und so weiter und so fort. Vielen Dank fürs Zuschauen. Seid schlafen, bleibt neugierig. Ciao, ciao. Ciao.